Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7861 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In meiner Funktion als Eventmanager bin ich in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen tätig. In meiner Funktion als Eventmanager bin ich in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen tätig. Oben am Schornstein ist eine Undichtigkeit. Wenn es regnet, fließt Wasser ins Haus. Oben am Schornstein ist eine Undichtigkeit. Wenn es regnet, fließt Wasser ins Haus. Oben am Schornstein ist eine Undichtigkeit. Wenn es regnet, fließt Wasser ins Haus. Als Rentner haben wir endlich Zeit, uns unseren Traum vom Reisen in andere Länder zu erfüllen. Als Rentner haben wir endlich Zeit, uns unseren Traum vom Reisen in andere Länder zu erfüllen. Als Rentner haben wir endlich Zeit, uns unseren Traum vom Reisen in andere Länder zu erfüllen. Wenn ich träume, tauche ich ein in eine Welt voller Farben, Klänge und Gefühle. Wenn ich träume, tauche ich ein in eine Welt voller Farben, Klänge und Gefühle. Jetzt kann ich mich entspannen. Der Kunde hat den Vertrag unterschrieben. Die Beratung hat sich gelohnt. Jetzt kann ich mich entspannen. Der Kunde hat den Vertrag unterschrieben. Die Beratung hat sich gelohnt. Jetzt kann ich mich entspannen. Der Kunde hat den Vertrag unterschrieben. Die Beratung hat sich gelohnt. Im Callcenter sind wir 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag für die Kunden erreichbar. Im Callcenter sind wir 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag für die Kunden erreichbar. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.